Die zwei hübschen Dosen kommen jetzt an, die grüne teste ich aber glaube ich erst morgen, das weiß ich noch nicht. Ach, wenn ich Dosen aufmachen muss, das funktioniert doch nicht, doch, das funktioniert. Wir riechen mal. Okay, wir riechen, ich weiß nicht, welche Sorte es ist. Mystery Blue. Also man kann es vom Geruch her nicht feststellen. Ich mache das mal alles fertig. So, wir haben es fertig gemacht. Ich dreh es trotzdem einmal auf, weil ich möchte die Farbe gucken. Okay, das ist blau und das riecht sehr fruchtig. Das riecht, ich weiß nicht. Hm, guten Morgen Jenny. Es ist einfach noch zu früh für mich. Ach, da, was riecht das? Okay, keine Ahnung, was es ist.